Wobei du ja ein Auto hast, dass du auch nicht Wänden rein tust. Weil das ja kein Starter nicht ist. Halt ein wenig mehr Abstand, wenn du ins Rutschen kommst. Weil du hast nicht die Reifen, was die anderen haben. Und da ist dann besser... Warte. Schau mal, pass mal auf, da musst du den Arsch lassen. Da darfst du ja nicht so viel Bremsen. Wo der jetzt gerade gerutscht ist. Wenn ich sagen, laufen lässt, lässt du ihn laufen. Dann weiter unten fängt er dann zum Rutschen an. Dann kommt der Arsch quer und lässt ihn laufen. Fahr nach links ein wenig. Jetzt bist du schon in der Spur dran, spät. Das ist gut schon da bloß. Ja. Wie ist da alles hochbleiben? Zügig fahr da nicht. Absetzen. Immer auf dem Gas bleiben. Ich kann kein Gas. Jetzt gibst du Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Alter, ich stehe putzen heute Abend. Oder morgen. Was? Ich weiß nicht, wer es war. Wer es gesagt hat. Wie ist... Wahrscheinlich der da vorne. Möchtest du keinen Reifahrer? Mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Da haben wir hier fest. Ja. Komm her nachher. Du, ich kenne das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie tief das ist hier. Immer viel zügig drauf bleiben, immer wenig Schwung aufbauen, jetzt hier Schwung aufbauen und drauf bleiben, drauf bleiben, immer drauf bleiben. Hier zie ich dich. Rechtsrum. Das ist ein Mat. Gut. Ich verstehe gar nichts. Verstehst du da irgendwas? Ich bin nicht so leise. Torstangen hat sie gesteckt. Da sind wir. Das war das Mahner. Die Stange rechts und links. Vermute ich. Wenn du auf der Kuppel bist, watschst, bis dann die anderen vorne weg sind, weil nach oben zu hat jetzt der Amarok schon durchdreht. Und du hast schlechtere Reifen. Dass du dann ein wenig Schwung aufbauen kannst. Warte, bis er weg ist. Da kannst du jetzt noch hochfahren, aber dann watschst, bis du das dann mit ein wenig Schwung... Jetzt! Genau. Und da musst du dann ein wenig Schwung holen. Jetzt fahr zu. Der ist ja weg. Genau. Und gleich Gas geben. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Bleibt ziemlich unten. Ja. Ja. Wie fühlst du jetzt schon? Du bist ja auch ein Jahr zu oben, wie im Winter. Dann tun wir die Heizung runter. Ja. Haben Sie morgen wieder hin? Untertitelung des ZDF, 2020